3, 2, 1, let's go! Show, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute wieder Trimax. Wir spielen heute wieder Arena und erzählen euch heute was über den ersten Member des Lost Clans, tatsächlich, den wir auch gleich announcen werden. Trimax, bitteschön. Was soll ich jetzt machen? Ja, dann mit deinem Berührung, Alter. Ach so, okay, gut. 186 Punkte hatten wir aus einer Session, waren super zufrieden mit uns, immer wieder mehr als 10 Kills geschafft. Jetzt wird es aber sehr schwer. Zusätzlich schnacken wir über den Lost Esports Clan. Erster Mitglied steht fest für Lost Esports. Und ganz wichtig, ihr schreibt euch vor dem Namen Lost. Lost. Denn Micky macht jetzt mit Horde Mega Welle. Denn er kauft Spieler ein, das wir die ganze Zeit brief anzetteln. Wir sind mehr Spieler, wir sind bessere Spieler. Wir werden Protected VIP machen. Wir werden King of the Hill 101-Duelle machen zwischen Horde und Lost. Lost. Denn Keile Lost gegen Horde machen. Wir werden den ganzen Bums machen. Deswegen entscheidet euch für eine Seite. Für die Richtige. Und das ist natürlich die Idee von Lost. Da gibt es auch meine Augen. Dann werden wir komplett die europäischen Server überrennen. Überall wird Lost drinstehen. Und alle denken sich, warum, warum, was ist das? Und wenn ihr als Lost Member ein Horde-Member killt, macht einen Screenshot davon und verlinkt mich, Revi und Micky auf Twitter. Freuen wir uns. Richtig schön Salz. Das ist ein Park. Ja, Max. Ich haus mal jetzt raus, meine Freunde. Ganz kurzer Trommelwirbel. Der erste Member des Lost Plans wird der gute Setox werden, Leute. Denn Setox hat nicht nur extrem performt, ja, in allen Sachen, wo wir mit ihm zusammen gespielt haben, sondern war super, super sympathisch. Hat eine tolle Art und ist super, super gut, was Commentary und alles angeht. Und wir haben ihn noch zweimal testweise geradet, ja. Und es hat super gut funktioniert bei ihm tatsächlich. Also das ging gut. Das ging gut. Die Leute hatten Bock auf ihn. Die Leute haben das, was er macht, gefeiert. Und unter dir ist direkt ein Gegner, Max. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich habe keine Waffe, Max, ne? Hast du eine Waffe? Ja, aber der Typ ist tot. Rede mit mir vor, bist du Gegner, vor, bist du Gegner. Ich habe keine Waffe. Entweder sterbe ich jetzt oder ich bin Held. Max, warum pusht du denn da rein? Ich habe keine Waffe, ich kann dir nicht helfen. Max! Das ist so dumm. Boom, double kill. Got him. Gut, Max, ist da oben jetzt eine Waffe für mich? Junge, 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 Alter. Ich carry dich, Junge. Ich carry dich doch. Digga, ich hatte doch keine Waffe. Was hast du für Carry, Alter? Er sagt, er carry dich. Ich glaube, er spinnt doch komplett, der Junge. Hinter mir, Max. Oh mein Gott. Legenden-Dex. Da vorne? Da? Ups. Sehen, warum sind die denn so krass? Boah, Junge, Alter. Noch einer? Da kommt noch einer. Sollen wir rüften? Hab ihn. Oh, Digga. Sein Mate, Sein Mate, Sein Mate. Max, der eine hat einen Hedgehammer bekommen. Der ist low. Hast du, Max? Bauen, bauen, bauen. Oh, Digga. Anders, die Legenden. Anders, Digga. Wie viele Kills? Vier. Ich auch. Max. Digga, wir sind's. Max, Alter. Wir können nur Champion kommen. Ich habe so einen Puls gerade schon wieder. Junge, Alter. Bei mir auch. Bei mir geht es komplett der Arsch aufgrund. Da ist ehrlich. Der Typ, der piekt durch. Zack. Hat er von mir einen Hedgehammer bekommen. Nichts gemacht hat er. Nichts. Oh, vor Ort sind aber welche. Der Beide, der Sniper. Pass auf, Max. Ich habe aus Versehen, dass du... Oh mein Gott. Getroffen? Hat sich gerade daran bewegt. Hat sich schon wieder daran bewegt. Sollen wir drauf rüften? Decision making. Decision making, Max. Wollen wir rauf? Komm, wir müssen rauf. Ich rüfte. Ich circle jerked ihn ein bisschen. Ja, ich lande nicht direkt auf ihn. Hab ihn. Hast du schön gecircle jerked. Ein Kugler abgehauen, ist weg. Max. Discord down. Max. Max. Ich sage immer, ein gutes Duo versteht sich auch ohne Worte. Ich habe einen 157er gegeben, 105. Headshot, der eine ist down. Riffen, komm her, komm her, komm her. Komm, komm, komm. Auf der Airbase. Auf geht's. Weil jetzt hat er ein Hetziger war. Die hauen ab. Headshot, Double Headshot. Was? Wie unlogisch. Ist er down? Ich habe null AR-Schüsse. Ich habe null. Ich habe nichts zum Schießen. Ich habe nichts zum Schießen. Nichts. Komm her, entspann dich, Max. Entspann dich. Der ist down. Wir müssen dahin. Hier. Der ist down. Halt's. Hau, ich habe den Kee bekommen. Stark. Sehr gut. Du Klauer. Du hast ihn mir gestohlen. Ja, warte. Max, bei mir, bei mir, bei mir. Oh mein Gott. Ich habe eine... Als ob, Junge. Nee, Digga. Er hat mich direkt gesnipet. Schreibt euch einfach Lost vorm Namen. Motiviert eure Freunde, das auch zu machen. Und dann überrennen wir die europäischen Server. Zusätzlich wird es so sein, dass wir mit den besten Leuten, mit dem Lost vorm Namen, bei der kommenden Fortnite-Duo-Weltmeisterschaft, die Top 50 Duos, lassen wir, oder lasse ich nochmal speziell in einem Turnier gegeneinander antreten. Und sogar mit Preisgeldern. Du weißt, ihr habt was davon. Also, wir haben natürlich unsere Lost eSports, ne, wo jetzt bisher nur Seetox drin ist. Aber da kommen natürlich noch ein paar dazu. Aber es hört natürlich auch, wir können nur drei bis fünf Leute nehmen. Aber es sind natürlich mehr als drei bis fünf Leute krass. Und wenn die sich einen Lost vorm Namen knallen, ist halt GG. Und da wollen wir herausfinden, wer sind die besten Lost-Member, die nicht bei uns im eSports-Ding sind. Und? Lass, lass Hundehütte. Nee, da habe ich eben keine Waffe gefunden, Max. Okay, dann. Wir gehen zu dir, okay. Mach mal mal, komm. Ich mache gerade einen Behinderten-Kampf, Digga. Alles voll. Ich gehe in den Keller alleine. Ich brauche deine Hilfe. Dynamit regelt, dynamit regelt. Boom. Nice gemacht. Warum? Das kann doch nicht sein, Digga, dass die zappen da genau, dann schockt, Digga. Digga, das kann nicht sein. Man kann diese Waffe in den Ball werfen. Du hast mir die Munition genommen. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich lande nicht mehr bei diesem Haus. Ich lande da nicht mehr, Max. Wir landen jetzt woanders, wo ganz anders. Wir landen auf einer anderen Welt, mit einem anderen Biotop, woanders. Ich fasse es nicht. Anderer Planeten, ich hatte Volk, weil es der Mann hat keine Waffe ist. Kein Bock mehr. Ich kann das nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das ist nicht die ganze Zeit, die gleiche Seite. Und die Seite hat sie sein. Das ist so leckerlich, ist das, Mann. Es ist ein sehr entspannter Stream heute Abend. Was gibt es noch, was Seetogs zu sagen? Seetogs gehört zu den besten 101-Spielern Deutschlands. Spiel wie sie, Creative. Sau viel Glück. Er ist da ganz oben mit dabei. Er hat sogar damals das 1 gegen 1 gegen Mark Zuckerberg gewonnen. Das hat er gewonnen. Zusätzlich hat er jedes Wochenende, wo er gezockt hat, sich fürs Finale qualifiziert. Und da hat er dann auch immer preisgewerter mitgenommen. Seetogs hat immer wieder bewiesen, dass er sowohl im Solo als auch im Duo, das hat performt. Wir melden uns bei allen Leuten. Wir werden das jetzt Stück für Stück, werden wir das sagen. Und weil zwei Seetogs angenommen ist, heißt das nicht automatisch, dass ein Duo-Mate-Auto-automatisch angenommen ist. Wir werden jeden einzelnen Spieler hier separat renouncen. Wenn du jetzt schnippst, schreie ich dich richtig laut an. Einfach ins Feld verstecken. Hab zwei Leute dead. Du sollst dich doch nur verstecken. Ich muss doch kämpfen, Max, wenn die auf mich einknüppeln. Was soll ich denn tun? Ich bitte dich. Hab ihn. Boom! Knabbeln. Über uns. Über uns. Zwei Hits. Hit. Down. Eklig, oder? Sau eklig, aber richtig genau mein Spiel. Ich brauch die AR-Munition, Schatzi. An beide Schilden. Kommst du da weg? Ich kann dich bauen, ich kann dich bauen. Was ist denn schon wieder mit meiner Maus, Luz, Digga? Max, jetzt load, jetzt load, jetzt load. Max! 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 Jungs! Ich trau sofort. Was willst du denn? Zieh da meine Karte. Ganz schnell, bevor jetzt die Gegner kommen. Du musst öfter... Ich konnte nicht bauen, Digga, meine Sch***. Das Maus ist im Arsch. Ich konnte keine Wand bauen. So ein Müll. Nee, Digga. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Hast du das hier neben mir? Nein. Das ist ultra low. Wie viel sind denn hier? Das war's, du bist down. Du entspannst dich jetzt erstmal. Hab ihn. Einer knocked. Einer knocked, einer knocked da hinten, Max. Hast du jump it? Das ist unser Tod. Das ist so typischer Tod. Die sind da. Einer down, ne? Hab ihn. Ich würde mir ganz kurz anmerken, warum spiele ich nicht World Cup, Alter? Glaub ich nicht. Einer genockt. Nein, passt. Einer down. Hab ihn. Junge. Was war das für ein Round? Zehn und elf Kills mal wieder. Ja, das bockt. Das bockt, Digga. Das bockt. Ich muss mal auch ganz kurz jetzt mal hier ganz kurz mal loswerden. Wenn wir beide sagen, warum spielen wir nicht World Cup, ist das einfach ein solider, guter Joke. Aber 20% der Leute sind so sauer, die beleidigen. Leute, wir sind nicht so gut wie Seethocks. Das haben wir auch bei uns gesigned und wir nicht bei uns. Also wir gehören schon zu den besten Spielern Europas, aber für die WM reicht es nicht. Es macht aber Spaß, muss ich ehrlich sagen. Es macht immer noch Spaß. Es ist ultra intens. Wenn jemand sich einen doppelten Turm aufgebaut hat und sich da reinsteht. Oh, geht er direkt vor dir. Hat einen Headshot. Sauber, ich bin auf dem Baum gelandet, aus Versehen. Fällt runter. Headshot, der ist down. Wo ist der Mate? So, wie komme ich jetzt hier runter? Keine Glidery? Ne. Soll ich riften? Ich rifte schnell. Nein, Digga. Doch. Alter, das ist das wichtigste, Alter. Zwei Rifts habe ich auch. Alles gut. Alter, geil. Hinter mir, Max. Ja, sehr close. Schon wieder geklaut. Schon wieder. Ich raste aus. Ich raste aus. Ist egal. Ist egal. Es geht um die Kills. Es geht nicht um die Kills. Es geht nicht um die Kills. Alles gut. Ich brauche nur die AR-Munition. Die hast du dir genommen. Ich werde über angeschossen. Ja, und ich habe keine Munition. Alter, jetzt kommt der Circle-Jerk, Max. Bist du ready? Längst sie ab, längst sie ab, längst sie ab, längst sie ab. Ich komme von hinten. Sie merken es nicht. So spielt nämlich kein Mensch Fortnite außer mir. Einer down. Beide down? Beide down. Ich habe ihm so einen Hit gegeben. Sauber, Digga. Und so spielt man das, Leute. Man muss auch mal eklig spielen. Wenn der Gegner es nicht erwartet, weißt du? So wurde er gefallen. Lauf, falle, falle, falle. Falle, lauf, lauf, lauf. Fünfer-Ticks-Granate. Da, Max. Hinter uns auch noch, ne? Aber ein Daumen. Zwei gegen eins jetzt für uns. Komm, machen wir. Hit. Nice, Digga. Da gewinnen wir das Ding einfach. Digga, ich war im Endcup-Rate, ich war im Endcup-Rate komplett unnötig, muss ich sagen, aber du hast geholt. Alter, das war lit. Verstehst du? Ja, das war gut, das war gut. 260 nach zwei Sessions? Digga, was machen wir hier, Max? Was machen wir hier? Was wir hier machen? Wir sind ultra krass. Wir sprengen alle Erwartungen. Stark gespielt, Jungs. Stark, wirklich. Ja, Jungs. An der Stelle bin ich raus. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.